Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033 Redux, Auto 23. Auto 23 teilt oder so. Fahrt nach Sparte. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliotheke rauskam. Aber alles hing davon ab. Punkt. Oh. Oh, er hat's lebendig rausgeschafft. Oh, so ein glücklicher Typ. Puh, war aber knapp. Oh, ist das dumm hier? Vogelfieh, wo ist du? Wo willst du hin, Mann? Für 50 Kugeln bringe ich dich. Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf! Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom, klingel es bei dir, wenn du den Namen Kahn hörst. Jo. Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit etwas Musik? Klar, machen Sie sie an. Ich habe nichts gehört. Wir sind der erste und bisher einzige menschliche Außenposten hier oben. Spartas aus Sembasis. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber dieser Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, wäre alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Sibirin war still, aber die anderen übertrugen, einschläge... Dann wäre ich da schon das hier... Boah. so wie dieses findest du in der metro nicht modernste Militärausrüstung Moment ich muss mir das mal kurz ankommen ja gut das ist klar dritten Weltkrieg die sehr gut auf jeden Fall von und versteht na da das ist ja dieses komische Ding das Kugeln verschießt das also nein das hier auf jeden Fall in Blut nicht zu bezahlen das kann ich dir sagen ach so ist schon dran auch schon dran ne ist noch nicht dran Laser ist mir egal die Pistole so könnte ich ja auch sogar mit so einem riesen Ding hier naja findet man eigentlich Gemüse Kugeln ne ich nehme mal mit Vorsitzender oh Vierfach Wird schon fast das hier nehmen, habe ich sogar. Okay. Habt ihr gesehen? Moment, ja, ist ein Spiel, ja. Soll es wackelt schon, bevor er draufschlägt. Halt, erstmal kurz. Das ist Kahn. Ähm, wo muss ich denn hin? Zu ihm. Also gehe ich zu ihm. Ah, hier liegt das zweite Buch, aber... Und da Kahn. Hallo, Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Eine hübsche Basis, die die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du sehst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt. Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Da kommt die sehr klein. Bereit? Oh! Wladimir, die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf! Hehe, alle überholt. Ja, es ist... Achso. Achso. Ah, okay.